justice league ein comic ereignis auf das glaube ich so manche gewartet haben und im grunde die bewährungsprobe für warner und dc das konzept was hier durchgezogen ist ja bekannt marvel hat vorgemacht die haben reihenweise filme über einzelne populäre comicfiguren gemacht und die dann eben alle in einem film zusammengeführt das war avengers die sie versucht jetzt seit jahren schon mit ihrer eigenen version sind aber bislang obwohl sie mit ikonischen figuren arbeiten relativ baden gegangen es gab man of steel batman versus superman suicide squatch der glaube ich immer noch so als einer der schlechtesten filme des letzten jahres gehandelt wurde und die ganze thematik hat sich dann relativ gut rehabilitiert in diesem jahr durch wonder woman und jetzt kommt halt auch der kombi film der dann eben belegen wird ob es die reihe weitergeben wird ob weitere filme dieser art sind obwohl ich glaube die werden größtenteils schon gedreht ja und es gibt natürlich im hintergrund die tragische geschichte die ganzen dc dinger stammen größtenteils von zack snyder das ganze ist dessen großprojekt der musste aus schweren tragischen persönlichen gründen im märz die arbeit an justice league drangeben und übernommen hat joss readon eben der macher von avengers das bedeutet ein marvel einfluss in die dc materie und ich glaube der film ist letztlich so geworden wie er geworden ist nicht zuletzt deswegen generell arbeitet der film mich mit versatzstücken die wir aus marvel kennen wir haben einen neuen ominösen bösen der heißt steppenwolf wer die comics kennt der kennt wohl auch die hintergründe dieser figur so ist er einfach nur ein komisch geformter oberböser der die welt erobern will und damit er das kann braucht er seltsame energie steine und also eben der klassische mcguffin und dann sammeln sich halt ein paar gute hauptfiguren um ihn zu bekämpfen das herzstück sind natürlich wonder woman und batman die sammeln diverse figuren die wurden bei batman was es superman schon mal angedeutet zusammen ja und dann ist es im grunde so wie es bei diesen filmen zu erwarten ist man hat am anfang erfahren dass es eben steppenwolf und diese bedrohung gibt und dann ist der schwerpunkt erstmal darauf gerichtet wie sich diese leute zusammenfügen auch da wird mit sehr gängigen mustern gearbeitet aber ich glaube im sektor comic film kann man sowieso nichts mehr neu machen oder unfassbar originell kreativ aber der film macht da wo er arbeitet eigentlich alles richtig denn zum einen ist er definitiv eine fortsetzung seiner vorgänger lässt suicide squad komplett aus zeigt aber markante orte aus batman wie superman bringt permanent vertraute bekannte figuren wenn auch nur in kleinen nebenrollen mit unterreihen also kurz gesagt das ist wirklich eine verlängerung fortführung der anderen filme bei den figuren wird halt auf vertrautes gesetzt und bei den neu hinzugesetzt zugefügten figuren arbeitet man eben auch mit der ironie schiene insbesondere der flash ich kenne ja den flash aus zwei fernsehserien und muss sagen jetzt hier die neue kinoversion von ihm ist definitiv die lustigste ist jetzt hier quasi haha der comic relief aquaman jason momore ist einfach so eine coole sture sau und ja ben affleck und gerade geld der doh sind ja in ihren rollen so etabliert und ausgefleischt die schalten schon auf autopilot ansonsten hat mich eine für eine sache interessiert das hat aber viele andere auch gereizt was ist mit superman der ist nämlich definitiv in batman wie superman spoiler gestorben und er tauchte jetzt hier nicht im promomaterial und auch nicht in der vorschau auf aber natürlich mutmaßen viele dass superman hier im film dann doch irgendwie noch mal auftaucht eine rolle spielt und ich werde die frage jetzt natürlich nicht beantworten trotzdem insgesamt es ist ein comic film und ich sage das jetzt ohne jeden roll oder jetzt ohne ihre ironie es ist ein comic film der mit absolut vertrauten versatzstücken arbeitet großen fetten action passagen die dasselbe problem haben was wonder wo man für mich hatte sie sind geil sie sind laut sie sind heftig aber sie sind sehr digital sehr künstlich und der film ist über viele strecken eine cgi schlacht die sprüche sitzen und die story ist so schlicht und simpel gut gegen böse dass man sich nicht weiter anstrengen muss trotzdem ich würde nicht sagen dass die sie jetzt auf dem weg ist marvel zu überholen oder so aber nicht zuletzt weil der generelle look des films doch ein bisschen anders ist eben nicht so farbenfroh entsteht jedoch etwas eigenständiges das jetzt nicht unbedingt noch 20 weitere filme erfordert aber ich denke mal die die serie wird definitiv weitergehen und diesen titel der den segne ich mit vier von fünf punkten ab es war weiß gott nicht das comic highlight der letzten jahre aber insbesondere suicide squad macht dieser hier schon vergessen wie seht ihr das habt ihr euch auf diesen gefreut wie seht ihr die aussichten von dc und was denkt ihr wenn es nicht wisst wie es um superman steht das würde mich interessieren in den kommentaren unter diesem video ihr könnt natürlich wie immer gerne einen daumen da lassen gerne ein abo und wir sehen uns gerne zur nächsten kritik macht's gut bis dann ciao